So Leute, ganz liebe Grüße ins kalte Deutschland aus dem heißen Santiago. Wir sind angekommen, Rennen Nummer 3, Formel E-Saison 5, ne, 6, 6, 6, Formel E-Saison 6. Ich merke schon, ich habe schon Hitze schlagen. Das war so eine lange Pause, man, da kann man das schon mal vergessen. Okay, Saison 6. Wir sind hier und es ist heiß und es wird ein geiles Rennen. Vor allem haben wir schöne Erinnerungen ans letzte Jahr. Da war es der dritte Platz und die schnellste Rennrunde. Deswegen als kleiner Refresher ein paar schöne Bilder für euch. Also schöne Erinnerungen, aber heißt natürlich für hier gar nichts. Die Karten werden neu gemischt, es wird ein heißes, ein schweres Rennen und während wir heute noch so ein bisschen Sightseeing machen und uns akklimatisieren und schauen, dass der Jetlag möglichst schnell weggeht, springen wir jetzt gemeinsam einfach mal direkt zwei Tage nach vorne. Dann sind wir an der Rennstrecke und dann geht die Action los. Lasst uns Spaß haben, schön, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß. So, jetzt sind wir an der Strecke, Leute. Jetzt kommt der schönste Teil. Es ist verdammt heiß, aber ich freue mich jetzt das ganze Team wieder zu sehen. Sag mir mal allen Hallo und starten ins Wochenende. Alles fit? Alles gut? Alles fit, ja. An der Strecke hat sich auch ein bisschen was geändert, Leute. Und ich glaube, da wird wir alle nicht nur wissen, wie Santiago ausschaut, sondern auch wissen, wie die Strecke ausschaut. Gehen wir jetzt mal gemeinsam auf eine Onboard und starten mal eine Runde. Viel Spaß. All right, kommen über die Startline, split the Timebeam, watch how bumpy it is on, the braking's on, you're just trying not to overdo it in the brakes, because there's Turn 2 already. Watch the surface change, different grip level out of 2. He had a couple of goes at 3, didn't he? Well, it's just 2. Look at you, that's when he turned out of the wall. Yeah, now you've got to keep that momentum up, back to the throttle, another lift coming up, just going in, then back to the throttle hard. Now you're thinking about setting up for 7, not the corner you're in, Turn 6, back, and look how long this straight is. Minimize the distance, stay tight if you can, to the left, which Mitch isn't doing, so he probably knows better than I do, you could say. Trying to straight line the braking zone into 9, completely blind, blind, where's the corner? There it is. Surface change again, onto the low grip concrete, all the drivers think how low grip this concrete was. Don't overdo it on the bumps into the hairpin, Maximum Lock. Nice and straight on the power, gonna do the same again now at 11, don't get too greedy on the way in, he didn't, nice and smooth. Back to throttle, yeah, very nice, and he makes the run for the line, and that's the quickest lap we've seen, as you say, Jack. We're not driving, we're at the end of the 9th. Yeah, that feeling is good, but as always, one round of qualifying, the way we sit. And we start in Group 2, let's see if it works a lot better, but I feel good and I'm happy. How is the heat now? It's hot, yeah, but it's going. Yeah, it's going so fast. Yeah, I think the heat is getting ready. Yeah, it's getting ready. Yeah, it's getting ready to get ready. Attack it. Attack it. Ha ha ha! And there will be no surrender. Boom! What the fuck? Yeah! Come on! Here we go! You know that this will hit forever. No surrender. It's forever. You know this will hit forever. You know that this will hit forever. This will hit forever. Forever! Yes, Qualifying vorbei, Leute. Wir haben die wunderschöne Zahl 13. Es war eigentlich ein wirklich gutes Qualifying. Nur es war komplettes Chaos. Ich habe mal ein ganz normales Warm-Up, meine Warm-Up-Prozedur gemacht und alle anderen haben irgendwie langsam gemacht und irgendwie alle mussten dann anhalten. Ich war nicht mal sicher, ob ich die Runde rechtzeitig starte, bevor die Zeit abläuft. Und dann fahre ich durch Turn 2 und der Robin hat sich gedreht, kommt wieder zurück auf die Strecke, fährt genau vor mir, mir vor das Auto und ich muss die ganze Runde eben hinterherfahren. Und er hat irgendwie dreckige Reifen und rutscht da rum. Ja, super ärgerlich. Also nach der Gruppe war immer noch Fünfter und nur zwei Zehntel weg vom Ersten. Also zwei Zehntel erreicht, um in Superpol zu sein und das war bestimmt ein Gefühl, eine heiligste Runde, die wir da verloren haben. Also kann man nicht so messen, aber das Auto war gut. Ich habe mich richtig gut gefühlt und ich kann es nichts machen. Also immer noch besser startender Audi oder traurigerweise eigentlich. Lukas auch Probleme gehabt oder auch einen Fehler drin gehabt. Ich glaube eigentlich, dass wir schon ein gutes Package hatten. Das heißt, fürs Rennen wird es definitiv besser, aber dieses Qualifying im Moment oder jetzt in der Formel E ist einfach crazy. Und wenn du halt dann in dieser zweiten Gruppe startest, man hat es wieder gesehen, jede Gruppe wird schneller. Die Leute, die in Gruppe 4 qualifieren, stehen alle vorne. Dann bist du einfach, selbst wenn du eine gute Runde hast, irgendwie im Mittelfeld. Aber das ist echt verrückt. Also volle Attacke jetzt im Rennen. Mehr kann man nicht machen. Ich bin ein ganz guter Ding, dass dann auch gute Punkte drin sind. Und ach so, Niklas macht gerade so. Das heißt, für euch gibt es jetzt eine sehr, sehr interessante Folge Behind the Beard mit Roger und dem Sheriff. Die haben für euch was Schönes aufgenommen. Viel Spaß! Willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten Bads. Wir sind mal wieder in Santiago de Chile. Es ist super heiß. Allererstes Ding, ich muss mich entschuldigen. Ich habe das letzte Mal in der letzten Folge Behind the Beard nicht den Bad etabliert. Und dafür großes, großes Sorry von meiner Seite. Aber wir haben uns heute etwas Spezielles für euch überlegt. Heute machen wir das Thema Reifen und dazu holen wir uns den Sheriff heute dazu. Und das ist der Reifenmann vom Daniel. Let's go! So, Sheriff! Roger! Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Das ist Tutti. Wir sprechen heute über unser beliebtes schwarzes Gold, habe ich mal gesagt. Ja, das ist eigentlich so eins der coolsten Elemente an der Formel A, weil das sind Einheitsreifen für alle Teams. Und man hat pro Rennwochenende nur zwei Satz pro Fahrer. Und der Sheriff ist so derjenige, der so dieses ganze Thema betreut, von Anfang bis Ende. Und da ist eigentlich mal so die Frage, Sheriff, wie oft nimmst du so einen Reifen in die Hand am Wochenende? Und was passiert mit der Felge, wenn die hier am Rennplatz ankommt, bis sie das erste Mal aufs Auto drauf gehen? Der Transport von der Felge wird erstmal mit der Rennbox hierher verschickt. Die hole ich dann raus. Ich bringe die Felge dann nach dem Saubermachen zum Michelin zum Aufmontieren. Dann werden wir die Felge holen, samt dem Reifen, wo sie komplett montiert sind. Ich bringe in die Box, leg sie sauber hin. Dann werden die erst einmal nummeriert. Die ist von der FIA vorgegeben mit drei Punkte. Sprich mit der Startnummer 66 von Daniel. Dann einmal die Setnummer und einmal vorne links, vorne rechts wird die beschriftet. Dann haben wir Barcodes, die wir einscannen und innen drin einen Sensor wird eingescannt. Und ganz, ganz wichtig, der Reifen wird eingescannt. Dann haben wir den schon mal komplett auf der Liste mit einem kompletten Satz. Dann haben wir hier Klebegewichte, die ganz, ganz wichtig sind, auch zum Schutz des Fahrers, dass die Klebegewichte nicht auf der Straße rumliegen oder was. Dann wird mit Alu-Tape zugemacht. Dann werden die Drücke eingestellt auf eine Grundbasis. Dann wird der komplette Reifen gewogen. Und wenn wir alle vier durch haben, haben wir einen kompletten Satz. Jeder Fahrer hat zwei Sätze. Sprich mit vier Satz sind wir am Wochenende dabei. Und bis der erste Satz am Auto ist, nehmen wir einen Satz zehnmal in die Hand. Zehnmal? Zehnmal. Jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Das ist das, was die meisten Leute wahrscheinlich fragen. Was stellen wir für einen Druck ein am Wochenende? Ja, es gibt einen Basisdruck, den wir einstellen. Und den genauen Druck werde ich euch leider nicht sagen. Oh. Das ist aber schade, ne? Aber das ist so das ganze Geheimnis. Es gibt auf jeden Fall noch was an dem Reifen. Und das ist der sogenannte FIA-Waage. Und was hat es mit dem auf sich? Wir werden zugeteilt zu den Fahrzeugen und zu den Fahrern. Sprich, da ist ein Code drauf. Und die FIA schaut nach dem Code. Am Ende, in der FIA-Waage hinten nach, scannt den oder was. Passt dieser Reifen zu diesem Fahrer, wo wir deklariert haben? Wenn ja, ist in Ordnung. Wenn nein, sind wir sofort disqualifiziert. Jetzt noch eine Frage. Was wiegt so ein Reifen? So ein Vorderreifen wiegt knapp 15 Kilo und der hintere Reifen wiegt knapp 18 Kilo. Michelin hat den Reifen weiterentwickelt. Und von Generation 1 und Generation 2 hat der Vorderreifen 2 Kilogramm verloren und der Hinterreifen 2,5 Kilogramm. Wodurch wir natürlich mehr ungefederte Masse haben. Und dadurch auch der Rollwiderstand reduziert wird. Und der Sheriff weniger zu tragen hat. Obwohl er nicht schlecht. Er geht jeden Tag trainieren. Aber er ist auch jeden Tag im Team und Crew viel Süßes. Nein. Doch. Doch. Stimmt. Aber eine Sache, die du vorher noch gesagt hast zu mir, Herr Sheriff. Du nimmst den 10-11 Mal in die Hand, bevor er am Wagen ist. Aber du hast das Ganze nochmal umgerechnet in Kilogramm. Also in Kilogramm ungefähr haben wir pro Satz 700 Kilo, bis er das erste Mal ans Auto kommt. Und das ganze Wochenende oder sowas sind wir ungefähr bei drei Tonnen. So was, was wir laufen. Nur ein Räder. Du müsstest eigentlich aussehen wie The Rock. Wie Dwayne The Rock Johnson. Normal, ja. Aber das Wichtigste fehlt nämlich auch bei ihm. Und das ist der Bart. Und dadurch, dass wir das letzte Mal nicht etabliert haben, machen wir das heute ganz ehrlich zusammen. Also du kommst kurz her und guckst rein. Und jetzt machst du so. Perfekt. Und das war's gewesen. Vielen lieben Dank. Das war's von Behind the Beard. Das war's aus Santiago de Chile. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Rennwochen. Ciao. Das war's. Das war's. Wir wünschen Fans hier ganz schön beliebt zu sein. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal welche Fahrer hier am beliebtesten ist. Mal schauen, wie du so abschneidest, Daniel. Wer ist dein Lieblingsfahrer? Die Ambrosio. Felipe Massa. Nick De Vries. Brandon Harley. Felipe Lamassa. General Iberny. Max Gunther. Ehhhhh. The Brazilian one. Christopher Van. Massa. Sorry, but I'm not a fan. My kissing is fun. Felipe Massa. No. You? Also, mein Research hat ergeben, ein Drittel mögen Massa, ein Drittel mögen irgendeinen Fahrer und ein Drittel kennt nicht meine Formel E. Heheheh. 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 Ich glaube, man kann getrost sagen, dass süd-amerikanische Fahrer hier im Leid das Heimstuhl haben. Flippensal вышüs. Alle. Ja. Marsa. 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 War das jetzt wieder? Ja, der Kosta. Das war's. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Nein, ich bin jetzt. Oh, ja. Yo, let's do this. Es ist verdammt heiß Leute, das sieht man leider in der Kamera nicht, aber es hat glaube ich jetzt 36 Grad, also Asphalttemperatur ist so um die 40, 42 Grad, du merkst auch, dass meine Füße relativ heiß werden mit diesen dünnen Schuhen. Ja, jetzt warten wir hier und dann geht's los. Ja, jetzt geht's noch ein paar Worte. Ja, jetzt geht's noch ein paar Worte. Ja, jetzt geht's noch ein paar Worte. Aber Simms, ich glaube, hat jetzt schon geteilt. Er versucht zu gehen, die Worte zu werden. Oh, Lotter ist wieder auf den Drei. Daniel Apte hat auf den inside, und wird wieder zurückgekehrt. Oh, De Vries auf den inside of Apte. Absolut, er hat ihn auf den inside. Und De Vries hat ihn auf den weggekehrt. Sam Bird. Sam Bird ist hinter uns. Oh, ein Biss, Adam. Oh, Bird geht um. Ich glaube, Roland hat Apte und Apte in die Bird. Max Gunther in der BMW, auf der outside. Er hält es auf den outside, und geht es durch. Great move from Max Gunther. Oh, is it Vern? It's Vern. That front-left bodywork that has been plaguing him all race after he picked up the damage earlier on. He might have to pit here. Turn 9, is he gonna go to the inside? Turn 10, here he comes. Da Costa for the lead. Da Costa for the lead. Da Costa forced his way past, now that is robust. Steuers will have a look at that one, and we'll have to wait and see, but Antonio Felix Da Costa in the lead of the race. Here we go into turn 9. Da Costa is gonna be so close to zero. I think he's in big trouble on every front here, Da Costa. He goes defensive. Gunther goes to the outside in turn 9, and he's done it. The BMW of Max Gunther gets into the lead. He thought he had his first podium in the last race in Diria. It wasn't to be. It was taken away. But now, through the final corner, to win in Santiago, and win in Formula E for the first time, Max Gunther. So, there we are now. 40 Runden later. It was a complete insane, from the beginning to the end. I think in the first 8 rounds, I think, I think 10 points. Irgendwann was on some side. It was crazy. I thought that the car was already broken, but it was okay. We were driving. Long talk, short talk. We went to the points, I think we were on 8 rounds. And then, we fought for 3 rounds. Massa, Lukas, and I. And then, I took Massa, and he took off. Lukas took off. Whatever. At the end of the day, I also got a sharp point. Yeah. Shit. Shit. Shit, I would say. But, it's not so many points, but, with that position, it's so difficult in this year. But, we are now in Group 3 for the next race. We have good expectations. The next race will be Mexico. We have good memories. There was the first win. yeah, we try to do it better and attack again. I hope, he still had fun with the video. It's always a bit difficult for me, at the end, so, yeah, still positive to be. Because, it's just a constant up and down here on the day. And, it's, it's always a bit hard emotional. But, thank you for the fan boost. He was on the start. I used it. I still didn't want it. But, thank you for the time. Guys, we'll see you again next week. And, we'll see you again next week. Donnerstag? No, 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 no. you stop me. I'm all the way up.